Fangen wir mal an, der erste Talk am Tag oder die erste Talkzeit am Tag, da zumindest ein paar Leute hier sind, ihr wollt es wohl wirklich wissen, ein paar sind natürlich für Video Audio da oder aus dem Geraffel Familie, der Rest will es wirklich wissen, so früh, na gut, okay, spannend, ja, ich werde ein bisschen was dazu erzählen, wie Hackback mit unserer Gesellschaft spielt und warum wir dieses Spiel so spielen sollten, dass wir vielleicht noch eine Zukunft haben und nicht alles auf eine Karte setzen und so ein bisschen was zu mir, ich mache diverse Dinge im Kontext, kritische Infrastrukturen und habe Kritis im Endstadion, von daher befasse ich mich mit dem Ganzen schon seit einiger Zeit. Ja, wie sieht dieses Quartett aus? Was ist eigentlich ein Hackback? Und die Frage stellen sich die deutschen Sicherheitsbehörden auch regelmäßig und immer wieder, wie reagiert man quasi offensiv auf Cyberangriffe zurück oder wie Hackbacke ich zuerst, wie mache ich einen digitalen Gegenangriff, was ist, ist es der finale digitale Rettungsschuss, haben wir auch schon gehört, also die haben alle möglichen Arten und Formen meiner Formulierung, tatsächlich ist keine genau definiert, weil man damit unter dem Radar der exakten Festnagelung bleibt. Das heißt Hackback oder die Regierung sagt explizit in Drucksachen, also kleinen Antworten auf kleine Anfragen von der Opposition, dass sie den Begriff Hackback nicht benutzen, aber eben am ehesten aktive Cyberabwehr, aber es variiert immer wieder. Damit kommt man auch nicht zu einer festen Definition und zu einer Begrifflichkeit, mit der man arbeiten kann. Die Regierung arbeitet schon seit vielen Jahren an entsprechenden Gesetzgebungsvorschlägen, kriegt die aber irgendwie nicht finale und warum das so ist, kommen wir nachher zu. Aber bevor wir uns die Frage stellen, bei wem cyberts eigentlich so in Deutschland? Und das ist ein Auszug, also der ist jetzt auch extra klein, das ist egal, ja, da stehen alle möglichen drin. Der untere schwarze Block ist das BSI, die hängen schon relativ tief drin, aber es hat inzwischen in Deutschland so eine Verantwortungsdiffusion. Jeder will mal mitmachen mit jeder Konstellation und irgendwie überall, aber auch nicht. Und solange diese Cyberrei irgendwie nicht geklärt wird, wird diese Verantwortungsdiffusion auch nicht geklärt oder aufgeklärt oder auch mal fest geregelt, wer hier eigentlich, welche Art von Cyberrei machen darf. Es hat auch ein bisschen was mit einer Organisationssoziologie zu tun, aus dem Sozialwissenschaftlichen, finde ich sehr spannend, weil eben auch die Sozialwissenschaftler sagen, naja, wenn ich viele Leute habe, habe ich eben als Leiter dieser Organisation deutlich mehr Macht, deutlich mehr Aussage. Das wird repräsentiert, inwie viele Mitarbeiter hat mein Ministerium, mein BSI, mein weißer Kuckuck. Und diese Organisationssoziologie führt also auch dazu, dass jeder sagt, ich will das machen, da kann ich viele Leute kriegen. Und damit habe ich mehr Aussagekraft, mehr Macht, mehr Standorte. Gut, mehr Standorte ist nicht immer die goldene Lösung. Das BSI hat jetzt auch so einen Ableger in weit, weit weg in nirgendwo definiert bekommen. Das heißt zwar Dresden, aber es ist immer noch ein Vorort, der weit, weit weg von Dresden ist und wirklich in der letzten Ecke ist. Ob die da überhaupt Internet haben, um Cyber zu verstehen, stelle ich mir die Frage so. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist jedenfalls, das hier ist nur ein Auszug, der ist von der Stiftung Neue Verantwortung, die haben das mal zusammengetragen. Es gibt im Oktober, November ein deutlich komplexeres digitales Modell, wo man dann auch rein und raus zoomen kann. Das hier ist von Stand April. Da ist aber auch nicht alles drauf, was jetzt schon rumcybert oder Mainz cybern zu müssen oder irgendwie Aktien in deutscher Cyberreihe hat. Das ist wirklich erstmal nur ein Teilabschnitt. Warum das so ist, ist unter anderem auch, weil die Gesetzgebung im Kontext Hackback halt nicht so einfach ist. Es gibt das Völkerrecht. Das findet es ziemlich unwitzig, wenn man kritische Infrastrukturen oder damals hieß es dann zivile Infrastrukturen angreift. Es gibt das Grundrecht. Da habe ich gleich nochmal ein Detail dazu, was bei Bestimmten irgendwie sagt, nee, ihr nicht. Und die Genfer Konventionen, die ja auch noch irgendwie was dagegen haben. Es gibt noch das Tallinn Manual, da kann man auch nochmal drüber reden. Aber irgendwann springt es den Rahmen. Ich wollte es jetzt auch nicht zu gesetzlich langweilig gestalten, aber ein bisschen was darüber werden wir schon diskutieren müssen, um zu verstehen, was ist eigentlich der rechtliche organisatorische Rahmen, warum und wieso will man das eigentlich tun? Und die rechtlichen Fragen zu Hackback oder eben Cyberwar, Cyberabwehr, wie auch immer. Es gibt eine schöne Drucksache von der Bundesregierung, die eben sagt, das ist eine Antwort auf eine kleine Infrage. Die Bundesregierung geht davon aus, dass, sie nennt es jetzt Schadsoftware, ich nenne es digitale Waffen, weil es faktisch diese sind. Digitale Waffen auf kritischen Infrastrukturen in Deutschland sind bestimmt vorhanden. Also wir gehen davon aus, das ist eine ganz klare Annahme, die ist realistisch. Das heißt, wir sind schon infiltriert und können auch jederzeit angegriffen werden, wenn diese digitalen Waffen zum Wirkeinsatz kommen. Die Regierung hat aber auch gesagt, Kauf und Entwicklung von digitalen Cyberwaffen durch die Bundesregierung, also wir verneinen das jetzt nicht explizit, nur den Einsatz. Gut, der Einsatz ist auch explizit laut Grundgesetz verboten für die Bundeswehr, aber sie versuchen das ein bisschen darzustellen und auch ein bisschen schön zu reden. Was ist jetzt diese Schadsoftware oder Malware oder offensives Zeugs oder was auch immer oder warum ist es eigentlich eine digitale Waffe? Ich hatte auf dem Camp beispielsweise mit Fukami auch eine Diskussion und im Nachgang mit diversen Leuten auch gesprochen, weil er sagte, das kannst du nicht digitale Waffen nennen. Ich habe gesagt, doch, es ist eine digitale Waffe, machen wir uns nichts vor. Und der erste Unterschied, der prägnanteste Unterschied ist, wir Security Researcher machen eben Forschung, wir machen eine Remote Code Execution, führen Kalk-Exa aus und sagen, tadaa, der Rechner ist mal wieder da. Wir zeigen den Taschenrechner und sagen, ist kaputt. Wir biegen dann aber ab in die Richtung Mitigation, Patching. Wie fixt man das? Wie geht man damit um? Wie baut man Defensivität auf? Digitale Waffenentwicklung fängt dann erst richtig an. Der Taschenrechner konnte ausgeführt werden und jetzt will ich den Payload. Ich möchte diese Anlage zerstören, nachhaltig. Das ist der große Unterschied. Und deswegen nenne ich sowas eine digitale Waffe, weil sie einfach dieses Ziel hat. Das Ziel ist die Antwort, nicht die technische Schwachstelle. Was ist mein Ziel? Und wenn ich etwas zerstören will, mutwillig, absichtlich, mit voller Brutalität und mit vollem Bewusstsein, ist mit Vorsatz und offensiv, dann ist es eine digitale Waffe. Ungefähr alle meiner Meinung oder Kopfnicken, Unsicherheit? Ah doch, okay. Keiner dagegen, sehr gut. Wer könnte denn in Deutschland solche digitalen Waffen ausführen oder anwenden? Na ja, anwenden. Jetzt haben wir sowas wie den BND und den Verfassungsschutz, Nachrichtendienste. Dann haben wir so ein verfassungsrechtliches Trennungsgebot. Das liegt mit der Historie der Erfahrung mit der Gestapo zusammen im Dritten Reich. Da hat man so gesagt, ja, nee, deutsche Nachrichtendienste sind ja nicht wirklich Geheimdienste. Die dürfen nur Informationen sammeln, auswerten. Aber so einen Cyberangriff durchführen, nee, danke. In dem Kontext muss man aber auch wissen, Nachrichtendienste dürfen Informationen sammeln und auswerten, also Aufklärung machen. Und es ist durchaus eine gute Vorlage zu sagen, so ein BND hat den Auslandsauftrag. Die gehen dann mal Aufklärung betreiben in externen Infrastrukturen, im Militär, in anderen kritischen Infrastrukturen. Wie könnte man denn? Das heißt also, die sind durchaus in der Lage, potenziell derjenige zu sein, der sagt, ich spioniere das mal aus. Ich mache eine Auskunftschaftung vorab und die Infrastruktur ist klar. Und dann kann derjenige, der den Angriff ausführen soll, weil wir dürfen ja nicht, eben mit diesen Informationen agieren. Das ist eine theoretisch mögliche Einsatz- und Aufgabenteilung, die im Bereich des Realistischen wäre für mich als Laien. Da müssten vielleicht Experten nochmal drüber gucken. Aber grundsätzlich von den Gesprächen, die ich mit einigen gemacht habe, ist das ein Einsatzszenario, das kann durchaus funktionieren. Wie sieht es denn mit einem BKA oder mit der Bundespolizei aus? Und naja, die ermitteln bei Computerstraftaten, die machen das auch unter Einsatz von Staatstrojanern und Quellen-TKÜ. Für die Staatstrojaner brauchen sie natürlich auch Exploits, O-Days, brechen auch in Systeme ein. Aber es ist ja ein anderer Kontext. Das Ziel ist ja nicht eine kriegerische Handlung oder eine Zerstörung externer Infrastruktur, sondern das Ziel ist eben, eine Computerstraftat aufzudecken, zu ermitteln und Beweise zu sammeln. Es war aus anderer Sicht schlecht, weil sie auch dieses O-Day-Trading, Exploit-Trading, ja auch befeuern mit Geldern oder mit Einkäufen, was auch nur ein Ding ist, aber es ist ein anderer Kontext. Fallen also beide auch raus. Wer bleibt denn dann eigentlich übrig? Im Endeffekt die Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland. Streitkräfte sind definiert als Bundeswehr, MAD und noch ein bisschen mehr. Und wenn die Bundeswehr bei so einem Hackback tätig werden soll, dann muss es sich um einen sogenannten Spannungsfall, das ist die Vorstufe zu einem Verteidigungsfall oder eben dem Verteidigungsfall handeln. Und zwar immer, so wirklich echt immer. Das ist im Grundgesetz verankert, im Artikel 87a2. Und er steht da, außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Und es gibt eine ausdrückliche Zulassung im Katastrophenfall, im Großschadenslagebild. Da muss die Bundeswehr ausrücken und Sandsäcke schleppen, damit das Hochwasser die Menschen nicht halt irgendwie gefährdet. Diese Ausnahmefälle sind aber ganz genau im Grundgesetz definiert und es ist auch klar geregelt, wer da welches Mandat aus welcher Sicht politisch gibt. Das ist schon sehr ausgeklügelt und wirklich intelligent gemacht. Ich habe mich in den letzten Tagen etwas genauer mit dem Grundgesetz befasst und muss sagen, scheiße geiles Dokument, wenn man versteht, was drinsteht. Es ist echt kompliziert geschrieben, es gibt da aber durchaus Leute, die das gut erklären können. Und das Ding ist echt ein hohes Gut. Also ich wertschätze das wirklich bis zum Extrem. Das ist eine tolle Sache. Was ist denn jetzt dieser Verteidigungsfall, der da drinsteht, den wir ja machen dürfen mit den deutschen Streitkräften? Ein Verteidigungsfall ist im Endeffekt eine Reaktion auf eine militärische Gewaltanwendung, die von außen kommt. Also sie muss von außen kommen, es muss einen militärischen, kriegerischen Akt oder eine Handlung darstellen. Und es muss eine Gewaltbereitschaft da sein. Man möchte ja mit Gewalteinsatz eine Meinung aufdeklinieren und überlagern. Ja, das ist schwierig, wenn jemand irgendwie ein bisschen am Computer rumhackt. Es ist noch schwieriger, wenn ich sage, ich mache eine aktive Cyberabwehr, bevor er mich angreift. Dann habe ich ja eigentlich genau diesen Akt vorgenommen. Passt auch nicht so ganz. Also ich hätte ja dann schon den kriegerischen Akt durchgeführt. Jetzt haben wir also festgestellt, naja, die Bundeswehr wäre unter Umständen eventuell, wenn man dieses Grundgesetz ein bisschen anpasst, und das ist ja auch schon durchaus im Gespräch, man könnte ein paar Gesetze anpassen, das Grundgesetz, und dann sind wir in der Lage. Wer würde denn sowas tun? Ja, wir haben jetzt das Cardio-Zirr, also Kommando, Cyber und Informationsraum. Das ist jetzt der vierte Bereich im Militär. Neben Heer, Marine und Luftwaffe haben wir jetzt das Cardio-Zirr für den Cyber-Informationsraum. Es gibt übrigens schon eine fünfte Definition, die längst auch in den deutschen Streitkräften etabliert ist, und zwar den Weltraum. Das US-Spacecom ist vor ein paar Wochen gegründet worden. Die kümmern sich jetzt um Militärisches im Weltraum. Die Deutschen haben das auch schon seit Jahren in ihren Folien und in ihren Vorgaben. Also die reden schon von fünf Dimensionen, während sie gerade erst die vierte eingeführt haben. Innerhalb dieses Cardio-Zirr gibt es die ZCO, das Zentrum Cyber-Operationen. Da werde ich mal ein bisschen zu diesem Kernauftrag ausführlicher darlegen. Die führen Cyber-Operationen zur Aufklärung und Wirkung durch Cyber-Wirk-Ketten. Die hatte ich beim Camp mal kurz angerissen. Was ist eine Cyber-Wirk-Kette? Das ist ein Auszug aus dem Cardio-Zirr. Die Cyber-Wirk-Kette ist so definiert, als Beispiel, ich greife ein SCADA-System an und führe damit einen Ausfall der Stromversorgung. Wenn die Stromversorgung ausfällt, dann bricht die Telekommunikation irgendwann zusammen. In analogen Umgebungen acht Stunden, weil so lange noch sozusagen die Akku oder Stromleistung gegeben ist, die Masten zu versorgen oder so. Und im digitalen Funk ist es auf zwei Stunden reduziert worden. Kostet ihr alles Geld, muss man sparen. Also Digitalfunk funktioniert zwei Stunden zuverlässig. So viel Akku-Power müssen die haben. Danach ist Schicht im Schacht. Das ist dann auch in der Cyber-Wirk-Kette Schicht im Schacht, weil wenn die Telekommunikation nicht mehr führt, führt es zum Ausfall oder der erheblichen Einschränkung von Schutzfunktionen. Katastrophenschutz kann sich nicht mehr so einfach koordinieren. Die Bundeswehr müsste sich im inneren Falle erst mal eigene Kommunikationsinfrastrukturen aufbauen. Wir müssten THW rufen und sagen, könnt ihr hier irgendwie Stromgeneratoren an die Mobilfunkmasten klemmen, damit wir wieder Saft haben. Oh warte, die Krankenhäuser kommen zuerst. Wir brauchen Sprit. Ah, wir haben 15.000 Tankstellen in Deutschland. Das ist ja kein Problem. Wie viele davon haben denn Notstromaggregate? 15.000. Wie viele? Jemand hat eine Vermutung? Ne, null nicht. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Also bitte, wir sind in Deutschland. Deutsche Gründlichkeit. Ne, nah dran, 42. Drehst ein bisschen um und manipulierst noch ein bisschen. 14. 14 Tankstellen haben Notstrom und könnten noch pumpen im Stromausfall. Ja, von 1.000? 15.000. Also ich will damit sagen, wenn wir wirklich ein Problem haben, unsere Cyber-Wirk-Kette uns trifft, egal wen, also Deutschland oder jedes beliebige andere Land, dann hat das tobe Ohren nach ziemlich schneller Zeit. Und das ist auch dem Militär klar und es sagt halt, diese Kette gibt es und dann sind die Schutzfunktionen auch nicht mehr gegeben. Und wenn Schutzfunktionen nicht mehr gegeben sind, dann hat man ja die besten Optionen, sehr effektiv zu agieren gegen diesen Gegner. Nennen wir es mal ganz neutral. Jetzt habe ich mal so eine Annahme getroffen, wie das deutsche Militär das vielleicht sehen könnte. Wir haben so eine globale Reichweite bei sofortiger Wirkung ohne Vorwarnzeit, weil ich kann ja sofort zurückhacken. Ja, ganz spannend hier oben, hohe Wirkbreite ähnlich zu ABC-Waffen, ja, die Wirkbreite von so einer Cyber-Waffe ist ja sehr hoch. Reversible Wirkung bei minimalen Kollateralschäden, weil es wird ja mal gesagt, ja, Kollateralschäden, wir können ja zielgenau eine IP wegbomben, das ist ja total unschwer, Stichwort Attribution, einen Scheiß könnt ihr. Ja, also das funktioniert so nicht, das wissen wir, das wissen die auch, aber sie wollen es sich schönreden. Und ich würde mal sagen, das ist die Behauptung, die da steht, hohe Genauigkeit und weltweit verteilte Ziele, kann alles kaputt machen, kein Exponieren des Angreifers, also es gibt keine große Explosion, Wirkmittel und tralala. Langer Vorlauf und notwendige Eindringphase, das ist dann die Theorie des BND. Und dann hätten wir so ähnlich einer Neutronenwaffe ohne Fallout einen ziemlich geilen Effekt. Gut, haltet ihr die Annahme für realistisch, die ich da treffe? Klingt so abgespaced? Ja, nein? Hm? Ich habe es aus dem Auszug aus einer militärischen Folie vom Kario Zirr. Die sehen das genau so. Hohe Wirkbreite ähnlich zu ABC-Waffen, ja. Sie wissen ganz genau, dass wir hier von ABC und D-Waffen reden, digitale Waffen. Aber es wird immer schön geredet, ja, ist Hackback für das Gute und überhaupt. Aber sie legen es auf dieselbe Ebene. Das ist schon zwei Jahre alt, das Ding. Und ähnlich einer Neutronenwaffe ohne Fallout, also irgendwie fehlen mir dann auch die Worte, weil ich das vor Monaten schon irgendwie vermutet habe und mit mehr Leuten nicht geredet und mehr recherchiert habe. Aber ich sage, das klingt alles danach und riecht total fishy. Aber, naja, der Beweis ist sogar offen klassifiziert, das ist noch nicht mal geheim. Die stellen sich einfach hin und sagen, so sieht es aus, das ist die Cyberwelt, kriegen wir hin. Cyberoperationen im militärischen Umfeld, definiert das Kario Zirr so. Also kann man jetzt so rumsehen, böse Mächte gegen uns. Kann man aber auch so sehen, das ist unser Auftrag als Kario Zirr, weil wir machen ja auch Cyberoperationen im militärischen Umfeld gegen andere. Spionage, gut, ist klar. Beeinträchtigung der Führungsfähigkeit, jo, wenn ich den Kopf abschlage, dann wird es schwierig. Aber Sabotage kritischer Infrastrukturen ist eine Zielsetzung einer Cyberoperation im militärischen Umfeld. Machen wir uns nichts vor, kritische Infrastrukturen treffen die Bevölkerung und nicht das Militär. Keine Soldaten, die sich dazu entschieden haben, Krieg zu führen und riskieren ihr Leben für ihr Land, was auch immer. Das hier trifft alle als Bevölkerung, als Gesamtgesellschaft. Das ist das Ziel. Und warum? Weil man eben unter anderem die Gesellschaft von innen heraustreffen will. Wenn ich ein maximales Durcheinander schaffe, dann habe ich einen Bevölkerungskrieg oder eine Bevölkerungsunruhe. Dann kann ich auch in Ruhe diese Bevölkerung übernehmen, beeinträchtigen oder meine Meinung aufdrücken. Gut, die Facement von Regierungswebseiten, offiziellen Kommunikationswegen und Desinformationen über soziale Medien machen sie natürlich in Korrelation. Klar, Blockade des nationalen Zugangs zum Internet ist auch eine Cyberoperation im militärischen Umfeld, die durchaus sehr effektiv sein kann. Jetzt hatten ja ein paar Leute von Telekom und Co. diesen Hirnpups. Man könnte ja Deutschland auch abschotten wie die Russen, dann trennen wir uns ab, wenn alles schlimm wird. Also die Implikationen, ich gebe nur ein paar Beispiele. Jedes Unternehmen, was auf Cloud-Dienste von Google, Amazon, Microsoft setzt, ist dann abgeschnitten. Diese Rechenzentren tun nicht mehr. Ich kann weder meine Software ausführen, noch meine Anwendungen, noch meine KI in der Cloud. Weiß der Kuckuck, was die machen. Die volle Digitalisierung ist gerade im Einsatz und die sagen, wir schotten uns mal kurz ab und dann läuft das. Ja, klar, das klingt nach einem Plan. Und Deutschland abzuschotten, wenn es ein europäisches Stromnetz als Verbund gibt, wo wir durchaus gezielt, und das war, ich glaube vor zwei Tagen, gab es ein Stromnetzabfall in der Frequenz und es musste innerhalb kürzester Zeit aus dem Ausland ganz schnell dazugekauft werden, um diesen Abfall wieder zu korrigieren. Man kann also richtig diesen Peak sehen. So etwas kann man dann nicht mehr machen, weil man mit den anderen nicht mehr kommunizieren kann. Ja, guter Plan. Dann sind wir erst offline und dann sind wir auch gleich mit dem Blackout in Deutschland auch noch offline. Dann sind wir so richtig offline. Toller Plan, tolle Theorie, überhaupt nicht über die Auswirkungen nachgedacht. Da kriege ich Plack in den Augen. Also ist aber für Militär natürlich eine ganz legitime Option zu sagen, dann schotten wir den nationalen Zugang zum Internet ab und dann sind die kaputt. Übrigens die USA hat ungefähr elf, ungefähr ziemlich genau elf Seekabel und damit Zugänge zum Internet. Wenn man an diesen elf Stellen oder maßgeblich von diesen elf Stellen böse Dinge tun würde, dann haben die nur noch Satellitenablink oder so was. Da geht nicht mehr viel. Das ist also auch durchaus nicht so lustig, wenn man solche Szenarien betrachtet, wie wenig Herzstückkomponenten es eigentlich gibt. Das Internet ist zwar sehr global, aber doch wieder an vielen Stellen sehr konzentriert. Was ist denn für das Militär eine Charakteristik hybrider Bedrohungen? Weil, machen wir uns nichts vor, einen Cyberkrieg wird es nicht alleine geben. Ein Cyberkrieg hilft nicht, weil, auch hier wieder sozialwissenschaftliche Politik sieht, wenn du einen Cyberkrieg führst mit Cyberwaffen, kannst du jemanden beeinträchtigen oder richtig böse wehtun, aber du kannst die Nachhaltigkeit nicht sicherstellen. Der baut irgendwann die Systeme wieder auf oder der kriegt die wieder hochgefahren, der wird sich resilienter aufstellen. Das Problem ist also, dass man nachhaltig sein muss. Und dafür braucht man Besatzungstruppen, die dann reingehen in das Land oder kinetische Wirkwaffen, die das nochmal ein bisschen untermauern und beeindruckender machen. Also einen reinen Cyberkrieg, Humbug. Hybride Warfare oder hybride Kriegsführung, jo. Und den macht man unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konflikts, in der maximalen Vorbereitung. Jetzt sind wir wieder bei so BND bereitet vor oder so. Verschleierung der Urheberschaft zur Vermeidung der Attribution. Wir haben gerade noch eine Folie gesehen, wo Sie gesagt haben, total zielgenau und wir können jeden wegsemmeln ohne Kollateralschäden. Das hier ist auch sozusagen ein Folienauszug vom KDOSIR, was dann an anderer Stelle wieder sagt, naja, wir verschleiern uns und uns findet keiner, aber wir wissen genau, wen wir wegbomben müssen. Wat ein Humbug, ja. Konzentrierte Desinformationspolitik, klar. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, Destabilisierung einer Gesellschaft von innen. Bei einem Blackout haben wir nach fünf Tagen bürgerkriegsähnliche Zustände. Das sagt der wissenschaftliche Dienst vom Bund. Und die Jungs haben das schon 2011 analysiert und in der Studie ausführlich dargelegt. Die ist wirklich super. Und es ist so. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Gelebt wird also im Rahmen von Cyberwar und Hackback eine wissenschaftsfeindliche Sicherheitspolitik. Dasselbe, was wir gerade bei dieser wissenschaftsfeindlichen Klimapolitik sehen. Bei beidem wird einfach ignoriert, was Experten oder Wissenschaftler sagen und wollen irgendwie mehr Security erreichen, aber schaffen eher mehr Cyber-UN-Sicherheit. Das ist irgendwie genau das gegensätzliche Ziel. Und dass nicht nur Experten aus dem wissenschaftlichen Friedenskontext oder irgendwelche Blabuletten, wie ich die hier stehen und blablabla machen, das irgendwie erzählen. Nee, es ist wirklich wissenschaftsfeindliche Sicherheitspolitik. Der Netzpolitik.org hat vor ein paar Wochen dieses geheime Gutachten oder VSNFD-Gutachten über die Hackback-Pläne der Bundesregierung veröffentlicht. Und da hat der wissenschaftliche Dienst den Oberstleutnant Zimmermann gefragt. Der ist Prof. an der Uni, seit 30 Jahren im Bundeswehrdienst. Und er hat einfach komplett geschrieben, das ist total ineffektiv und gefährlich. Ihr seid ja alle wahnsinnig. Hört auf mit diesem Mist. Das geht voll in die falsche Richtung. Wir müssen resiliente Systeme haben. Wir müssen Sicherheit haben. Aber auf gar keinen Fall offensiv ist. Das ist ja Humbug. Wurde ja geheim gehalten, nicht öffentlich gesetzt. Netzpolitik.org war so lieb. Und ich danke denen so sehr für diese Information. Das ist so geil. Die veröffentlichen ständig genau die Infos, die man braucht, um als Teil der Bevölkerung ohne Lobbyismus, ohne irgendwelche Dinge dahinter oder Großkonzerne einfach an die echten Informationen zu kommen. Also von daher danke an Netzpolitik.org dafür. Lest euch das durch. Es sind 18 Seiten Gutachten. Da steht viel harter Tobak drin, weil er ganz klar sagt, also so nicht. Im Endeffekt genau das, was wir in der Arbeitsgruppe Kritis immer wieder erarbeitet haben und sagen, schlechtes Karma, hat er im Endeffekt auch bestätigt. Also was wir als Laien hinkriegen, kriegen die Experten der Bundeswehr genauso hin. Die Politik kriegt es nicht hin und das Militär auch nicht. So, die Zeit rennt mir aber ein bisschen weg. Ich drücke auf die Tube. Was sind kritische Infrastrukturen? Einmal nur kurz dargestellt. Es gibt neun Sektoren. Sieben sind reguliert, weil sie bundesweit reguliert werden können. Zwei sind anders gehandhabt, weil sie entweder Staat und Verwaltung selbst sind und der geht da anders mit sich selbst da dran, als einfach nur zu sagen, wir haben hier ein Gesetz und halten den normalen Ablauf ein. Die gehen da anders mit vor. Das ist ja auch Staatsschutz. Und eben Medien und Kultur, weil Medien sind landesweit reguliert. Da darf nicht eine bundesweite Regulierung eintreten. Das ist die einzige Sonderlocke, warum die zwei jetzt anders dargestellt sind. Aber diese neun Sektoren sind also kritische Infrastrukturen in Deutschland oder als kritische Infrastruktur definiert worden aus der europäischen NES-Richtlinie und dienen primär dem Schutz der Bevölkerung. und nicht dem Betreiber. Es soll ja eine Versorgung aufrecht gehalten werden. Sie haben eben identische Komponenten im Einsatz oder immer mehr identische Komponenten im Einsatz. Das sind fast so, die großen Komponenten sind eigentlich immer von denselben üblichen Herstellern. Die werden immer mehr ans Netz, Internet verklemmt und verdrahtet. Und durch den Staat kann es eben passieren, dass zurückgehaltene O-Day-Lücken diese eben bedrohen. Und damit im Endeffekt nicht den Betreiber, sondern uns als Bevölkerung, weil wir die Dienstleistung und die Versorgung ja nicht mehr bekommen. Ja, zwei Beispiele, wie sowas aussehen kann. Ukrainiens Stromnetz hatte ja zwei Outages, die absichtlich durchgeführt wurden. Und die betroffenen Personen in Kiew waren und im Umfeld waren eben 250.000 Mann. Im Winter ist es ziemlich kalt. Weihnachten lief da irgendwie ein bisschen anders. Das kann dann auch ganz schnell zu Toten führen, durch Erfrierung oder sonst was. Und auf dem Saudi-Arabischen Kraftwerk, was angegriffen wurde, Triton war ja eine digitale Waffe, die sozusagen so geplant wurde, dass man, wenn das funktioniert hätte, also sie war passiv, sie war eine Firmware-Manipulation im Rahmen. Und wenn diese erfolgreich ausgeführt worden wäre, das hat leider nicht so ganz, oder was heißt leider, also aus deren Sicht leider nicht so ganz funktioniert, dann wären Explosionen und die Freisetzung von Schwefelwasserstoffgas die Folge gewesen. Das heißt, sie haben nach Safety Integrity Level, das habe ich oben links in der Ecke, SEL, SEL 3 ungefähr, 200 bis 400 Tote bedeutet. Das ist die klare Aussage, dass man gezielt versucht hat, Menschen umzubringen mit dieser Schadsoftware oder auch einfach mal ehrlich genannt digitalen Waffe. Das war durchaus geplant, 200 bis 400 Menschen zu schädigen oder wirklich zum Tod zu führen. So, was machen wir denn jetzt damit? Alles Käse oder auch nicht? Ich hätte gern eine Unabhängigkeit des BSI vom BMI. Dann haben wir ein Vertrauen da drin, dann geht es auch nicht an das BMI, an die Geheimdienste, an weiß der Kuckuck was, sondern die Wirtschaft und die Bevölkerung können sich vertrauensvoll ans BSI wenden und weiß, dass da nichts dahinter irgendwie komisch laufen kann. Wir haben das in der Vergangenheit erlebt mit der Analyse des Staatstrojaners, wo die Bevölkerung und die Wirtschaft gesagt hat, FT, WTF. Aber das BSI selber hat erkannt, dass das doof ist, wurde aber gezwungen vom BMI und hat es dann gemacht. Es ist rausgekommen, jetzt glaubt natürlich keiner mehr, dass sie nicht doch von oben auf dekliniert bekommen, manchmal, was man machen muss. Das ist also wirklich ein wichtiger Punkt, um dieses Vertrauen, also bei BMS Hyberts, wir haben ja die große Map gesehen, es macht schon Sinn, dass diese ganze Zauberei, Cyberrei beim BSI aufgehangen ist, aber bitte in einer unabhängigen Form, weil wir haben ja jetzt gesehen, wie viele Player da wie mitmachen wollen. Also das hätten wir gerne in defensiv und nicht offensiv oder hingefuscht. Eine strikt defensive Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland ist das A und O. Wir haben ja jetzt gesehen, dass Hackback nicht wirklich zielführend ist oder hilfreich oder sinnvoll und in dem Gutachten an 18 Seiten kann man das auch nochmal professionell nachlesen. Wir brauchen wirklich eine defensive Cyber-Sicherheitsstrategie und wollen die Resilienz der Systeme erhöhen. Wir wollen die Wiederanlaufzeit der Systeme schneller gestalten und dann können die so lange rumcybern, wie die wollen. Dann treffen sie uns vielleicht, aber es hat kein Schadensausmaß. Dann fällt halt was aus und wir fixen das und ziehen es wieder hoch. Da können die so lange rumcybern und Waffen drauffeuern, wie sie wollen. Das verpufft alles. Das ist doch das eigentliche Ziel. Eine Ächtung von A, B, C und D-Waffen. Wenn das Militär fordern kann, das ist ja vergleichbar, dann ist ja auch eine Vergleichbarkeit bei der Ächtung, wobei wir noch lange nicht da sind, dass alles auch wirklich weltweit geächtet wird. Aber das kann eigentlich nur das konsequente Ziel davon sein. Evaluierung der vorhandenen Gesetze und Maßnahmen. Wäre auch schön, wenn diese ganzen Maßnahmen auch mal geprüft werden. So funktionieren die, funktionieren die nicht, haben die mehr Sicherheit gebracht oder mehr Unterwanderung der Freiheit für nichts. Und eben Bevölkerungsschutz durch Behebung von Schwachstellen durch Hersteller. Für die defensive Cyber-Sicherheitsstrategie habe ich drei, vier Beispiele aufgeführt. Bei Kritis eingesetzte Software, grundsätzlich Open Source oder eben den Quellcode in treuhändischer Verwaltung, dann hat man das auch noch, wenn der Hersteller nicht mehr da ist, aber diese Produktionsanlage noch 30 bis 40 Jahre läuft. Bildungspolitik, ganz wichtig, sichere Quellcode-Entwicklung ausbilden. Jeder darf programmieren, einfach so, irgendwie. Warum haben wir das in der Bildungspolitik nicht integriert, dass die alle auch erstmal beigebracht bekommen, was sichere Entwicklung ist? Das ist ganz oft nicht der Fall. Es gibt einfach kein strukturiertes Bildungspolitik-Konstrukt dafür. Keine Bereitstellung von Budgets für staatliche Akteure, um O-Days zu kaufen oder zu entwickeln. Wo kommen wir da hin? Ja, wir wollen auch nicht Atomwaffen bauen, dann brauchen wir auch keine digitalen Waffen bauen. Wird soldat. Oder die Voraussetzung dafür, die Exploits. Ohne Verpflichtung der staatlichen Akteure, ihnen bekannt gewordene Schwachstellen, über ein unabhängiges BSI an den Hersteller zu melden. Und der muss das dann auch fixen. Den kann man auch mit einer Produkthaftung oder was auch immer dazu bringen. Und die kritischen Infrastrukturbetreiber haben dann die Pflicht, die einzuspielen. Und dann wird das auch in diesen Dreispannen funktionieren. Aber wenn wir diese Dreispannen nicht haben, brauchen wir auch nicht wundern, wenn sowas nicht funktioniert. Also mit der Maßnahme würde man extrem viele Infrastrukturen absichern und damit hätte man schon ganz viele der Outages in den letzten Jahren eliminiert. Die meisten sind nämlich tatsächlich ungepatchte Systeme oder Lücken, die nicht behoben wurden. So, machen wir uns nichts vor. So ist es. Unabhängigkeit des BSI. Ich habe so einen schönen Passus da angebracht. Man könnte im Paragraf 1 vom BSI-Gesetz eben sagen, das BSI führt diese Aufgaben, die es hat, auf der Grundlage von wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse aus. Gibt es auch keinen, wir ignorieren mal solche wissenschaftlichen Ergebnisse. Und die Anforderungen werden jeweils mit den fachlich zuständigen Ministerien gemeinsam durchgeführt. Guckt man sich das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 an, hat das BMI ganz tolle Ideen gehabt. Aber tatsächlich waren viele davon Strafverfahren und Strafverlängerungen oder so was. Das ist ganz klar, das BMJV, das BM Justizministerium. Und die haben gesagt, da steht so viel von uns drin, über den Entwurf reden wir gar nicht. Wir reden auch nicht über Anpassungen oder so. Wir lehnen den einfach ab. Schön, hat sich erledigt. Die haben mal den Arsch in der Hose gehabt, so eine Ansage zu verpassen. Aber tatsächlich muss das eigentlich auch beim BSI wirklich drin verankert sein. Und dann hätten wir auch den Maßstab, dass sie sagen, tja, BMI hat hier Wünsche, aber wir müssen das ja ordentlich umsetzen. Jetzt müssen wir mit den anderen Ministerien reden. Das wäre wirklich cool. So, Ausblick. Demnächst, also 7.8. Februar, nächstes Jahr, wird es eine Defensive Con in der Seabase in Berlin geben, die ich mitkoordiniere und organisiere. Da ist die Zielsetzung so ein bisschen den Politikern oder auch der Politik, das hier alles noch mal durch mehrere Beiträge ein bisschen transparenter zu machen. Und bis dahin könnt ihr euch noch auf Twitter, AG Kritis Info oder sonst wo informieren oder mich nerven oder andere Experten oder die Meinung weiter verbreiten. Dankeschön. So, jetzt habe ich extra ein bisschen auf die Tube gedrückt, damit wir noch ein bisschen Diskussionszeit haben, weil das Spannende an dem Ganzen sind Fragen und Antworten und daraus lernt ihr, aber auch ich lerne. Ich würde mir wünschen, wenn wir die Zeit jetzt auch wirklich für Fragen und Antworten nutzen, weil sonst habe ich auf die Tube gedrückt für nichts. Bitte sehr. Ja, du hast auf die erheblichen Mängel bei der Organisation hingewiesen. Interessant fände ich jetzt die Frage, ist das basierend auf Unfähigkeit von Verantwortlichen oder haben wir dort auch wirtschaftliche Interessen von bestimmten wirtschaftlichen Playern? Diese Motivation ist ja zweifellos vorhanden, wahrscheinlich bis aus Zeitgründen nicht darauf eingegangen, dass wir aus wirtschaftlichen Gründen da einfach bestimmte Sachen vorangetrieben bekommen. Wo siehst du die Ursache, dass da wirklich so ganz offensichtliche Mängel in der Organisation im Grundsätzlichen bestehen? Also es gibt jetzt nicht die eine echte Ursache, sondern es ist eine Kombination aus ganz vielen, wovon ich ja auch nur ein paar Stück nennen kann, die mir auf der Hand liegen. Es gibt natürlich Wirtschaftsakteure, die sich da dran irgendwie einen Reibach machen. Machen wir uns nichts vor. Die Rüstungsindustrie in Deutschland verdient nicht dadurch, dass es Frieden gibt, sondern sie verdient dadurch, dass Kriegseinsätze, Waffen verbrauchen, die man weiterverkaufen muss. Dasselbe hat die Cyberindustrie. Diejenigen, die Odexploits traden oder verkaufen, die wollen die für Millionen mehrfach verticken oder die wollen noch mehr bekommen, um noch mehr zu verkaufen, die verdienen sich blöd da dran. Ich meine, die haben ja schon die ethischen Skrupel nicht, dann können sie auch das maximale Geschäft rausziehen. Die ganzen Produkthersteller, die immer rumrennen, installiere mein Produkt, dann bist du 100% sicher. 100% Sicherheit gibt es nicht, das ist bla, aber die rennen heutzutage immer noch damit rum. Tatsächlich ist es so, dass, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Antivirensoftware, du musst dir inzwischen wirklich ernsthaft bei einem kritischen System überlegen, ob du sie installierst und damit mehr Gefährdung erzeugst, als du kompensierst. Und das ist halt eine Entwicklung, die ist gefährlich. Diese Industrie produziert eben auch nur noch so auf halb acht und die Software reift beim Kunden oder ja, da gibt es dann Bugs, aber muss man die fixen. Also, selbst wenn man als Researcher eine Schwachstelle meldet, da wird man ja, eigentlich müsste man erwarten, so der rote Teppich wird ausgerollt, danke, sag uns, wie es läuft, stattdessen kommt doch immer nur ein Slap in your face, so, du kriegst die Leute nicht erreicht. Dann musst du über irgendwelche Beziehungen oder sonstigen Ecken gehen. Irgendwann hast du dann jemanden erreicht, der sich da, der Sache annimmt und dann sagst du, hier ist kaputt, fix das doch mal. Aber ich habe intern mit den Leuten geredet, die sehen das eher als, naja, also wenn wir das als Bug klassifizieren, müssen wir es beheben, aber dann kriegen wir auch kein Geld von Kunden. Wenn wir das irgendwie anders machen, dann, wir können das auch einfach, oh, guck mal, ein dreiköpfiger Affe. Dann gibt es diejenigen, die sagen, nehmen wir entgegen, interessiert uns aber auch nicht, leg mal auf Seite, damit machen wir kein Geld oder haben keine Zeit oder keine Lust oder dann kommen noch bescheuerte Rückfragen, so, kannst du uns das noch mal genau erklären, wir haben das jetzt versucht zu reproduzieren, aber nicht geschafft, dann gibst du noch mehr Infos und dann so, ja, aber, also irgendwie immer noch nicht, kannst du mal, dann machst du eine wissenschaftliche Ausarbeitung und dann kommt immer noch so, hm, ja, weiß ich nicht genau, also, am besten kannst du uns den Patch schicken, so, was, ja, aber hat es alles gegeben und auf der anderen Seite gibt es aber auch einfach dieses, na gut, ich schreibe die Scheiße einfach in eine Mail, schicke es an so einen Exploit Trader und der schickt mir einfach die Kohle per Bitcoin Cash, whatever zurück und sagt, danke, so, das ist, das ist dieser Scheißunterschied, den wir haben in dieser Industrie und die Wirtschaft, es gibt viele in der Wirtschaft, die sich daran gesund stoßen, an diesem Dummgeblubber, unsere Software kann alles, oder wir beraten jetzt super duper, es gibt auch Leute, die einfach hingehen und sagen, die ZCO macht Offensive, ja gut, die müssen dann also regelmäßig Red Teaming trainieren, oh, dann bieten wir denen Red Teaming Training an, ja, ist ja für einen guten Zweck, für das Militär in Deutschland, Hurra, vielleicht sollten die sich auch mal überlegen, ob das ein guter Dienst ist, kann man übrigens auch recherchieren, wer zum Beispiel unter anderem öffentlich bekannt geworden ist, wer da so Red Teaming für die offensiven Militärstreitkräfte in Deutschland anbietet. Also es gibt ganz viele Situationen und Gründe, warum sowas sein kann. Es gibt natürlich diese Organisationsproblematik, sie wollen wichtig und groß sein, das KDOSIR will ja bis 2022, nee, 2021 komplette Wirkstärke haben, die Roadmap sieht vor, 2021 haben sie die volle Wirkstärke erreicht, 14.500 Mann, alle Ziele, die sie sich gegeben haben, sind dann umgesetzt, ob sie es schaffen, weiß ich nicht, aber es sieht schon ganz gut aus, die wollen natürlich auch noch mehr Macht, noch mehr Power, noch mehr Durchsetzungskraft. Sie machen ja inzwischen Druck, das Grundgesetz zu ändern, damit sie eben nicht mehr eine Verteidigungsarmee sind. Also das ist schon eine Ursache oder ein Grund, wo man echt mal mit einer Fliegenpatsche ein paar Leuten durchs Gesicht ziehen muss und sagt, komm mal klar, was forderst du da? Wir haben hier historische Erinnerungen, die sind bei euch vielleicht ein bisschen verblasst, aber das ist in der Bevölkerung, steckt das noch in den Knochen. Die wissen, was das bedeutet. Gut, irgendwelche Klappspaten, die also 20 Prozent, die ihr Kreuz an der falschen Stelle machen, vielleicht nicht, aber die werden es dann irgendwann nochmal lernen. Ich hoffe nicht, also ich will nicht, dass sie es lernen müssen auf die harte Tour, weil ich muss es dann mitlernen und meine Tochter und mein Sohn auch. Also meine Enkel und ich bin nicht schon ein Grandpa. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die ihr Interesse haben, ihre Macht zu erweitern und damit auch ihre Wirkkraft zu steigern. Und Politiker gehen natürlich auch hin und sagen, ich muss mich profilieren, ich muss wiedergewählt werden, ich will etabliert sein, ich will hier nicht weg vom Fenster sein. Warum haben wir denn in Leipzig Halle die Cyberagentur Dingsbums hin dekliniert bekommen? Weil da jemand gesagt hat, ich brauche hier mal irgendwie Arbeitsplätze, ich werde demnächst gewählt im Oktober und ich muss jetzt irgendwas haben. Da hat man gesagt, no, dann nimm doch die da. Wirst du offiziell irgendwo lesen, aber Fakt ist doch, also jeder Blinde mit dem Krückstock, der sich die Dinge anguckt, das liegt auf der Hand, dass das so geschaffert wurde. Auch da ist es wieder so, Eigeninteresse, Ellenbogen, Strategie statt ein gemeinsames Miteinander. Dieser Egoismus ekelt mich an. Aber das ist das, womit wir leben müssen. Jetzt will ich die aber auch weder mit ABC-Waffen wegbomben, noch mit D-Waffen. Der Streuschuss trifft uns alle. Das kann nicht die Lösung sein, aber genau das ist den Leuten scheißegal. Aber die haben wir unter uns, die müssen wir auch unter uns ertragen und respektieren, weil sie eine Meinung haben und eine Meinung ist ein hohes Gut. Ich habe eine andere Meinung, ich kommuniziere sie. Ich versuche, Leute aufzuwecken und zu sagen, das ist die falsche Meinung. Und wenn wir das alle tun, dann funktioniert das. Wenn wir alle sagen, kann ich nicht, bin nur einer. Ich habe monatelang diesen Krieg in mir geführt und gesagt, nee, ich stelle mich jetzt ein, nur erzähle das, ist mir egal. Wenn es jemand hören will, wenn keiner kommt oder wenn ich nicht erzählen darf, dann halt nicht, aber dann habe ich es versucht. Und das funktioniert, das hören Leute zu. Und es ist inzwischen sogar bei der Bundeswehr so, dass einige Leute in recht hohen Positionen sagen, wir stimmen grundsätzlich deiner Meinung zu, aber da ganz oben ist ein ganz anderes Portfolio. Und irgendwie, also so ein paar Leute können da vielleicht hoffentlich bald in Rente und dann können wir vielleicht wieder eine ordentliche defensive Verteidigungsmacht werden. Auch eine Aussage. Und solange unsere Streitkräfte halt, ich meine, die kriegen ihre Budgets gekürzt, die laufen echt nur noch auf verkrüppelten Elementen rum, dass die dann angepisst sind, kann ich irgendwo auch verstehen. Das ist auch die falsche Strategie. Ich bin nicht für Krieg, ich bin auch nicht für Waffen, aber wir müssen diese Verteidigungsbereitschaft ja schon herstellen. Da bin ich realistisch, das brauchen wir so. Und wenn das nicht ordentlich aufgesetzt ist, dann versuchen die mit allen Mitteln nach vorne und dann gehen sie auch ins Offensive. Das ist auch klar. Also auch das kann ein Grund dafür sein. Setzen wir es ordentlich auf und definieren ihn noch mal klar in die Köpfe. Alter, Streitkraft, defensiv, machen. Und dann wird das auch was. Aber solange wir dieses offensive Zeug alle hochpushen von deren Seite aus, damit sie überhaupt irgendwas kriegen, wird es das Ganze auch nicht vereinfachen, sondern eher verstärken. Und von diesen, ich habe dir jetzt einige Auszüge gegeben, gibt es noch hunderte. Also warum das so ist. Es gibt nicht den einen Grund. Es ist ganz viel, was ineinander verwoben ist. Es ist einfach komplex. Da kommt ja auch noch europäische Politik rein. Da kommt UN, NATO, USA, Israel, die ganzen Ostblockländer, Russland, China. Du kannst es beliebig kompliziert machen. Es gibt Stand heute über 100 Staaten, die Exploits oder Schwachstelleninformationen zurückhalten, weil sie selber vielleicht unter Umständen irgendwas machen müssen. Letzte Woche hat Polen offiziell gesagt, so, 2022 bis 2024 bauen wir unsere Cyberstreitmacht auf. 2024 sind wir wirkfähig. Das sind die, die letztens nicht mehr ganz so demokratisch waren. Hm, weiß ich auch nicht. Aber die Welt bewegt sich an allen Stellen und das alles wirkt natürlich auch darauf ein. Das ist keine triviale Sache, die du für sich genommen ändern kannst und sagst, oh, dann ist die Welt schön. Und wenn wir so eine ABCD-Waffenächtung wollen, dann ist das auch nicht, Deutschland macht das jetzt und gut ist, sondern Deutschland soll sich erstmal bewusst werden, dass sie es wollen, dann bringen sie es in die EU ein, dann bringen sie es in die NATO ein und in alle anderen Bereiche und sagen, ey, Frankreich, wollen wir nicht mal. Wenn wir zwei zusammen, dann kann das in der EU was werden. Gut, England hätten wir jetzt auch gefragt, aber hat sich bald erledigt. Kann man alles machen, wenn man es will. Im Moment will es Deutschland nicht. Ich habe das Mikro hier gerade. Erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Bitte? Vielen Dank für den schönen Vortrag, sehr interessant. Bitte. Ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Eine Frage nur, du hast die Folie gezeigt hier von dem KD-O-CIR, glaube ich, heißt der. Erzähl. Ja, genau. Also nur damit ich es richtig verstanden habe, wenn die hier sagen, minimale Kollateralschäden, dann meinen sie damit erst mal das Thema der klaren Attribution wahrscheinlich. Weil wenn ich unten ja zum Ergebnis komme und sage, ich bin ähnlich einer Neutronenwaffe, dann tue ich mir ein bisschen schwer, von nicht mehr Kollateralschäden irgendwie zu sprechen. Guter Punkt, sehe ich auch so. Also das hier ist, stay in Wonderland, drink Bluna. Ja, das mit den Kollateralschäden kein Problem, Attribution kein Problem, können wir alles machen. Wir werden nur den treffen, den wir wollen und das ist total easy und also total, wir haben keine Sorgen, wir sind die Besten und kriegen das hin. Alle anderen auf der Welt schaffen es nicht. So, was ist das für eine Aussage, ne? Ich stimme dir voll zu, dass das hier ist politisches Blah und das ist total wissenschaftsfremdes und nicht nur wissenschaftsfeindliches Blah. Die Realität spricht eine andere Sprache. In der digitalen Forensik, in der Incident-Response, in Gutachten vor Gericht, wenn es um sowas geht, selbst bei Kipo, also Kinderpornografie und so weiter, du hast fast immer Indizien, Beweis, geführte Verurteilungen, weil es am Ende immer nur eine Kette von Indizien ist. Ganz selten erwischt man ja jemanden in flagranti, der sitzt noch an der Konsole und tippert dran rum und du hast den in dem Moment physisch hops genommen. Dann kannst du sagen, okay, er war es. Selbst wenn du einen Screenshot auf dem Bildschirm machst mit einem Staatstrojaner oder was auch immer, weißt du ja immer noch nicht, wer vor der Konsole saß, wenn da nicht eine Webcam montiert ist, die du auch noch mitgenommen hast. Also dieses Indiziengeführte ist ein ganz wichtiges Element. Normalerweise muss man eindeutige Beweise haben, ansonsten ist Indubio pro Reo im Zweifelsfalle für den Angeklagten. In der IT-Welt, in der EDV-Welt oder neudeutsch Cyber-Welt ist es einfach so, du hast fast immer nur Indizien, die dazu führen, dass du vielleicht unter Umständen sagen kannst, all diese Indizien sprechen für. Jetzt hast du aber auch dieses Fake-News-Gewahren oder falsche Attributierung, dass du eben ganz gezielt Fehlinformationen streust, plus noch, also so bröseln, bröseln, in alle sozialen Medien und sonst wo oder Journalisten unterjubelst und weiß der Kuckuck und du hast noch die Möglichkeit, so wie es bei der NSA, nachdem sie ihre ganzen digitalen Waffenschrank einmal leergeräumt bekommen haben, so eine Library hast, die professionell entwickelt wird und diese Fehlattribution gezielt darstellen soll. Also du hast die Library eingebunden und gesagt, soll aussehen wie von Pakistan oder von Russland und dann hat das Ding, die Timestamps und alles Mögliche danach manipuliert und dann guckst du dir diese ganzen Indizien als Forensiker oder als militärischer Mitarbeiter an und sagst, Timestamp spricht nach Arbeitszeit Moskau, da stehen russische Zeichen, also kirillische Zeichen dazwischen, hier ist noch ein russischer Kommentar, ah, in diesem russischen Forum habe ich noch irgendwie einen Spruch gefunden, der könnte dazu ziehen, liegt auf der Hand, das waren die Russen, so. Und dann sitzt dahinter, was weiß ich, irgendein Holländer, nehmen wir die Niederländer, die Niederländer waren vor zwei Wochen bei niemandem auf dem Tacho für den Stuxnet. Keine Sau hat Holland gesehen oder Niederlande, alle haben gesagt, das waren die Israelis, total krass, die Unit 8200 mit den Amerikanern zusammen und jetzt kommen auf einmal die Holländer und sagen, wir haben übrigens den USB-Stick eingebracht, wir waren die, die den Typ da eingeschleust haben, wir haben zwar drei, vier Anläufe gebraucht, aber wir haben es geschafft, wir waren die ganz krassen, ey, die können Social Engineering bis zum Exzess, what the fuck, so. Das hättest du vorher jeden Experten dieser Welt gefragt, hätten die jeden geantwortet, nur nicht die Holländer, so. Also, die, die selten und gar nicht vorkommen, sind auch scheiße gut, aber die Attributierung hat ass rein funktioniert, die haben sowas von geil von sich gezeigt und das verwischt, dass niemand auf die Idee gekommen ist, bis es verplappert wurde. Und das ist das, was immer passiert, am Ende, es wird verplappert. So, einer hat gesprochen, dazu hatten ja Linus und, oder Linus alleine einen Vortrag mal gehalten auf dem Kongress, hat gesagt, wenn du einen guten Hack machen willst, das Wichtigste ist, versuch deine Spuren zu verwichen und vor allem halt die Fresse darüber, red nicht, poll nicht, dann wird dieser Hack funktionieren. Aber Leute wollen sich profilieren, Leute wollen labern, Leute wollen gesehen werden. ich weiß jetzt nicht mehr die Details, warum Niederlande jetzt bekannt geworden ist, ich glaube auch, weil jemand das geleakt hat, aber das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt in dem Kontext, ich habe ja vorhin gesagt, Netzpolitik.org hat dieses Gutachten veröffentlicht, Whistleblower, den müssen wir auch den roten Teppich, genauso wie den Sicherheitsresearchern ausrollen und sagen, danke, dass ihr diesen Dreck aufspült. Stattdessen kriegen die auch nur eins ins Gesicht. So, jetzt gibt es auch noch Whistleblower-Gesetze, wenn du das machst, dann machen wir dich kaputt. So, super. Also, der Überbringer der Botschaft wird lieber zerstört, als ernsthaft in die Ursache zu gucken. Wir pfuschen an den Auswirkungen rum, die Ursache bleibt und wir sorgen auch nicht dafür, dass sie wegkommt. Das ist so, in der Wirtschaft nennt man das Quartalsdenke. Ich muss wieder bis zum nächsten Quartalsbericht kommen. Beim Militär ist das halt dieses, wir wollen mehr. Wir wollen mehr Macht, wir wollen mehr mitmachen. Wenn wir nicht mitmachen, dann stehen wir hier rum und drehen Däumchen. Hilft auch keinem. Damit motivierst du keine Truppe. Die wollen Krieg führen. Dafür sind die da. Die wollen nicht Blümchen irgendwie durch die Kaserne tragen. Dafür sind die nicht dahin gegangen. Die wollen ihr Land verteidigen. So, jetzt gib mir mal eine Verteidigung. Keine da. Gib mir eine Cyber-Verteidigung. Ja, auch nicht. Was sollen die denn machen? Also, all diese Dinge führen halt zu diesem Zeugs und Kram. Was soll ich sagen? Also als Dienstleister ist... Nimm ein Mikro. Nimm ein Mikro. Dann können es die, die am Stream sind oder aufgezeichnet werden, irgendwie auch mithören. Jobsicherheit. Jobsicherheit. Ja gut, klar. Also Jobsicherheit, da ist auch ein Punkt. Man jammert über die Rüstungsindustrie, Jobsicherheit. Wir müssen mehr Heckler & Koch oder Kraus-Maffei-Wegmann verticken. Gut, dann stellen wir mehr Leopard 2 her und schicken die nach Saudi-Arabien. Da ist kein Krieg. Oder doch. Aber nein, eigentlich nicht. Also die sind nur zur Verteidigung. Und dann gehen wir dann ein paar Milliarden drüber. Dann kriegen die Israelis vier Atom-U-Boote. Also Atomsprengkopf-taugliche U-Boote. Aber da waren ja keine Atomsprengköpfe drauf. Ich bitte dich. Also wir doch nicht. Und wenn die Israelis fragen, müssen die Deutschen liefern? Das ist doch... Wir haben da so eine Beziehung, die war damals sehr, sehr schwierig, aber jetzt nicht. Und jetzt müssen wir die liefern. Ja, was? Wir müssen vier... Also vier U-Boote liefern und haben teilweise schon, wo Atomsprengköpfe drauf montiert werden können. Nee, müssen wir nicht. So, machen wir aber. Das ist Jobsicherheit, aber auch weltweite Jobrisiko. Ich weiß nicht, dieses Gegengewicht, finde ich, liegt auf der Hand. Aber einige Leute können da nicht so ganz rechnen. Die können ja so nur Mathe oder so nicht rechnen. Bitte. Die Bundesrepublik übt sich ja alle paar Jahre so ein bisschen in Richtung Krisenabläufe und Pläne. Nennt sie das Ganze Lükex? Lükex, ja. Und Lükex 21 steht ins Haus, ist schon irgendwas bekannt? Wie viel Cyber da drin sein wird? Ja, ich habe es jetzt nur nicht auswendig im Kopf. Ich habe das letzte Mal über... Es gab ja auch die letzte Lükex, das ist ja abgeschlossen worden, da gab es ja auch noch ein paar Details zu. Jetzt vermeng ich vielleicht was. Aber die Lükex-Übungen sind tatsächlich sehr sinnvoll. Es werden auch konkrete Bedrohungsszenarien betrachtet und auch ausführlich koordiniert und eingespielt. Da wird, also, soweit ich mich richtig erinnere, ist auch ein Teil Cyber dabei, weil sie auch so ein Red- und Blue-Teaming im Prinzip da darstellen. Der Punkt ist aber nicht der, sondern der Punkt ist, es gibt die Lükex, okay, danke. Aber wo gibt es denn wieder Anlaufpläne, Krisenpläne für einzelne Sektoren oder Branchen, die kritische Infrastrukturen sind? Im IT-Sicherheitsgesetz 2.0, im Referentenentwurf, hat man das ja hingeschrieben und gesagt, naja, da müsste man vielleicht mal so richtige Krisenpläne machen, damit das funktioniert. Jetzt hat der sich ja auf unbestimmt verschoben, aber man realisiert so langsam, naja, wir müssen doch mal was tun. Also, wir haben so viel von diesen Fallback-Optionen weggebaut, das THW ist unterbesetzt und hat nicht genug Equipment. Die haben auch nicht genug Stromgeneratoren, wenn die Kacke dampft, um überhaupt alle Krankenhäuser zu versorgen. Krankenhäuser selber können das auch nicht immer 100 pro sicherstellen oder es gibt einen Ausfall und dann sagen die, wir brauchen einen Ersatz. Die Bundeswehr kann das auch nicht kompensieren und hat auch nicht genug. Die werden erst mal um sich selbst sich kümmern. Also, man könnte damit schon vieles bewirken, machen wir aber auch nicht. Stattdessen kriegt der THW immer weniger Kohle und das Militär vielleicht mehr oder wir stecken noch ein bisschen in die PKW-Maut oder weiß der Kuckuck, wo es überall verbrannt wird. Es kommt aber zu wenig bei den, beim BBK, beim THW und bei verschiedenen anderen freiwillige Feuerwehr und so an. Das ist alles zu wenig. Selbst die freiwillige Feuerwehr oder die Berufsfeuerwehr, wir haben ja diese Woche oder jetzt am Wochenende ist ja bekannt geworden, dass die, dass in Saudi-Arabien jetzt zwei Ölproduktionsanlagen von zehn Drohnen angegriffen wurden und in Flammen standen. Die haben das Feuer jetzt unter Kontrolle. Es ist von diesem Saudi-Arabischen Produzenten ungefähr die Hälfte der Produktion betroffen. Die stellen ein Prozent der gesamten Weltproduktion her. Das ist schon ein eklatanter Part. Aber das Feuer unter Kontrolle bekommen hat man bestimmt nicht dadurch, dass man der Feuerwehr auch das Geld gekürzt hat. Also Krisenreaktionen und Kriseneinsatzkräfte sind essentiell für den Wiederaufbau und für die Schadensreduktion. In der Cyberwelt sagen wir auch, okay, dann ist jemand eingebrochen, aber versuch jetzt das Ausmaß zu reduzieren. Warum macht die Regierung das nicht auch in unseren kritischen Infrastrukturen? Sie macht es absolut unzureichend. Das ist Sätzen sechs. Das ist nicht fünf und mangelhaft, das ist wirklich sechs. So, gar nicht ausreichend. Red mit THW, red mit BBK oder so, die pfeifen alle aus dem letzten Loch. Hier und da kriegen sie mal ein Häppchen. Das kann nicht sein. Gut, jeder schreit, er hätte gern Geld, andere müssen es dann irgendwie einsparen. Aber an der Stelle ist es an der falschen Ecke gespart, finde ich. Noch Fragen? Ja, eine vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, wir überziehen. Wir überziehen. Okay, ganz, ganz kurz. Wenn man so auf die einschlägigen Schnittchen-Verteilevents in Berlin geht und sich von irgendwelchen Cyber-Experten was erzählen lassen, dann taucht da jetzt immer auch die Finanzindustrie auf mit Cyber-Versicherungen und irgendwelche Zertifizierer, die schon träumen vom nächsten ISO 9000. Wenn sie nur unser Zertifikat haben, dann ist dieses System sicher TM. Also diese ganzen Leisure kommen jetzt gerade aus ihren Löchern. Mich interessiert deine Meinung, ob es da einen Zusammenhang zu diesen Dingen gibt, über die du eben erzählt hast und wenn ja, wie dieser Zusammenhang ist und wie relevant der ist. Es gibt was sehr Geiles in der Umsetzung von der NIS-Richtlinie in Deutschland per IT-Sicherheitsgesetz und Kritis-Verordnung. Das steht ziemlich deutlich in der Umsetzung und das sagt auch das BSI den Prüfern oder den Ausbildern der Prüfer. Ein allgefahrener Ansatz für kritische Infrastruktur muss betrachtet werden. Das heißt, du kannst nicht Standard ISO 27001 vorgehensweise nehmen und sagen, das Risiko akzeptiere ich, das hier habe ich versichert und um die kümmere ich mich. Eine Risikoakzeptanz oder eine Risikoauslagerung, also Versicherung, kannst du nicht machen, wenn damit der Versorgungsausfall oder die Versorgungseinschränkung eintritt. Du kannst also nicht sagen, meine Laborwerte spielen verrückt, das Ding hat eine kaputte IT und aber ich kriege ja den Ausfall, dass ich kein Frischwasser mehr produzieren kann, weil es ja dann bakteriell verseucht. 10 Millionen Versicherungen habe ich, läuft. Läuft nicht, weil du hast kein Frischwasser, also das Frischwassergewinnungswerk muss produzieren und es hilft nicht, wenn das bakteriell manipuliert wurde durch irgendwelche IT-Messwertfehler. Das ist schon per se ausgegrenzt in dem Stand der Technik, den sie umsetzen sollen. Das steht im, also im Endeffekt ist es die Ableitung des BSI-Gesetz, § 8a. Insofern kann man mit der Nummer schon mal nicht so ganz glorreich punkten. Der zweite Punkt ist, es gibt einen Cyberversicherer, der ja gesagt hat, was, ihr wurdet hier von einer Ransomware attackiert, das ist ja eine digitale Waffe, also Waffen und Krieg und so ist ja hier ausgeklammert, wir zahlen nicht. Und die sind jetzt vor Gericht und wenn die wirklich feststellen, so die müssen nicht zahlen, weil das eine digitale Waffe ist, also ich wünsche mir wirklich diesen Beschluss, das wäre so geil, dann ist es wirklich juristisch festgetackert und undiskutierbar, dass sowas ein No-Go ist. Wenn sie doch beschließen sollten, das war legitim, dann werden die Cyberversicherer, denke ich mal, relativ schnell den Hahn zudrehen und sagen, Cyberversicherung, ja, wir klammern mal alles aus und den Rest, den kannst du haben, aber wer will das dann noch versichern? Also die essentiellen Punkte sind da nicht mehr drin. Und das ist wirklich ein positiver Ausblick, den ich habe. Gut, wir haben überzogen, dann machen wir jetzt Ende. Vielen Dank für die letzte Frage, vielen Dank fürs frühe Dasein. Applaus Applaus Applaus